Lass mich auf meine Schuhe! Du musst klatschen! Mit einem Unentschieden! Niederlage gegen München! Ist richtig! Welche große deutsche Stadt grenzt unmittelbar an Leverkusen? Ist es Frankfurt, Dortmund oder Köln? Köln! Auch richtig! Welcher weltweit agierende Konzern steht hinter dem... Bayer! Auch richtig! Glückwunsch! Wie lauten die Vereinsfarben von Bayer 04, Leverkusen? Sag du! Sag du, ich weiß es eigentlich gar nicht! Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot? Sicher? Da fehlt noch Weiß dazu! Also meine, das ist meine! Und du sagst, da kommt noch Weiß dazu? Ja! Dann ist das dein Punkt! Rot-Weiß-Schwarz! Gut, Jana! Wie heißt der Trainer der Frauen von Bayer 04, Leverkusen? Ich weiß nur, dass es eine Frau ist! Ist es! Ist es! A. Achim Pfeifel? B. Dirk Klebels? Oder C. Dieter Schürz? Die Frau ist jetzt raus! Mach du einen Tipp! Ich würde B! Ist es A! Ist es A? Ja! Kaufen! 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 Cool! Wie viele Kilometer muss der VfL-Mannschaftsbus zurücklegen, um nach Leverkusen zu kommen? 150 Kilometer, 350 Kilometer oder 550 Kilometer? Boah! Wer war zuerst? 350! Ist richtig! Wie wird Bayer 04 Leverkusen oft auch genannt? A. Vizekusen, B. Die Borussen oder C. Der VfL? B. Die Borussen, oder? Nein, das ist Dortmund! Ach so, stimmt! Shit! A ist wichtig! Naja! Die Runde geht klar an dich! Sehr gut, ich bin Glückwunsch!